Hallo ihr Lieben, ich bin die Meierin und es ist der vierte Adventssonntag. Es ist also bald soweit und das Christkind darf endlich kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns ist die Nervosität schon im Hause eingekehrt. Alle sind gespannt, welche Geschenke unter dem Christbaum liegen werden. Es gibt eine Seite im Internet, die heißt www.schenkenmitsinn.at. Schaut da mal drauf, wenn in letzter Sekunde was braucht es oder auch unter dem Jahr für Geburtstage oder andere Festivitäten. Dort gibt es Dinge, die wirklich nachhaltig Sinn machen, weil sie nicht nur den Konsumwaren unterstützen, sondern auch dort helfen, wo das Geld dringend gebraucht wird. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, noch eine schöne Vorweihnachtszeit, ein frohes Fest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich magisches Jahr 2021. Lasst uns gemeinsam die Zeit vergolden. Lass uns die Zeit vergolden. Lass uns keinen Tag mehr zu viel verlieren. Das Beste, was wir haben, sind wir bei dir. Lass uns die Zeit vergolden. Lass uns keinen Tag mehr zu viel verlieren. Das Beste, was wir haben, und wir sind auch nie. Wir sind uns nie. Was immer hat esiyah.